Und die Gebärfung von diesen Taten bleibt auch nach dem Tod, wenn man das getan hat. Manche sagen, ich habe auch kein Geld, wenn man das in die Richtung auch so investiert, was soll ich tun? Manche sagen, du kannst ganz einfach den Koran kaufen und in der Moschee stellen, abzumlesen. Oder nünzliche Bücher in der Moschee. Und es gibt natürlich reiche Wege und Mittel, wo man gute Daten machen kann. Wir haben einen Ja, wir haben eine Waffe und eine Waffe und eine Waffe. Ja, wir haben eine Waffe. Die Waffe ist eine Waffe. Sie wird ein Mensch mit einem Schiff. Man kann nicht etwas mehr machen. Und die Waffe ist eine Waffe. Das ist eine Waffe. Jetzt haben wir ein paar Punkte zu erwähnen und auch zu klären, wie zum Beispiel Heba, also Geschenk. Und Geschenk tut man, wenn man schon noch gesund ist und gewusst und volljährig ist, jemand verschickt etwas zu nutzen. Und ja, der zweite ist die Anzeige. Nummer zwei ist die Anzeige. Und sie ist die Anzeige, aber die Anzeige der Anzeige der Anzeige. Anzeige Anzeige ist die Anzeige der Anzeige der Anzeige. Die Anzeige, die Anzeige der Anzeige der Anzeige, die Anzeige der Anzeige, wenn man schon mehr schenkt, wie es in den Anzeige liegt. Das nennt man Afiyya, Abgabung. Und das Testament ist, wenn jemand vor seinem Tod etwas niederschreiten lässt, nach dem Tod sollte eine bestimmte Sache geführt werden. Wenn jemand so etwas verschenken will, muss man natürlich auch gericht bleiben. In dem, wie im Koran steht, dass die Frau, also das weibliche Wesen, die Hälfte und die menschliche Wesen gibt. Das nennt man einen Sohn und drei Füchtern und gibt dem Sohn 1.000 Euro. Also andersrum, das habe ich hier anders verstanden, hat man drei Söhne und eine Tochter. Dann darf er nicht im ersten Sohn vielleicht 1.000 Euro gibt, sondern alle Söhne 3.000 Euro genauso und die Tochter die Hälfte. Aber es gibt einen Unterschied zwischen der Hälfte und der Hälfte. Es gibt aber einen Unterschied zwischen Geschenk und Ausgaben. Das ist ein bisschen wie ein Buhl, der sich von der Hälfte und der Hälfte. Das ist das eine Buhl. Das ist das eine Buhl, das Sieg von der Hälfte und der Hälfte. Und das ist eine Buhl. Und ein Buhl. Aber der Hälfte ist nicht das Buhl wie man sagt. Das ist das Buhl. und ein Feuer das Böden für vier Jahre alt. Das ist dann taki ein kleineser Lieb. Das braucht man über einen Sereleim. Das braucht man über ein Beinberz. Und das braucht man über den Bedauern. Das stimmt, das ist alles. Aber bei diesem Haus war vier Jahre alt ist nichts mehr faço, Das braucht man nichts mehr und es braucht zusammen mit dem Partner man. Das stimmt? Das stimmt. Es gibt aber bestimmte Fälle, wo man auch keine Sünde macht, wenn man einen Unterschied macht. Beispiel dafür hat man zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Der Sohn aber ist noch leicht klein und die Tochter ist noch größer. Die Bedürfnis von einer Tochter ist mehr als einem Sohn. Denn die Tochter braucht manchmal eine Tasche, ein Klei, Schuhe und so weiter. Die Kosten, die der Auskauf von einem Sohn hat weniger. Wenn der Vater mehr Geld für die Tochter ausgibt, sündet er auch nicht dabei. Wenn der Vater mehr Geld für die Tochter ausgibt, sündet er auch nicht dabei. Richtig aber, dass man auch Gericht zwischen den Kindern bleibt. Also der Adel zwischen den Kindern und den Kindern und die Tochter, wie die Tochter, wie die Tochter. Und jetzt auch wie bekannt ist, dass das männliche Wesen mehr als das weibliche Wesen bekommt. Also das weibliche Wesen bekommt die Hilfe. Aber die Begrüßung ist, dass die Begrüßung nach dem Tod der Tod wird. Und es kann nur in der dritten Erbschaft gelten. Und das kann nur in der dritten Erbschaft auch verrechen werden oder gelten. Und es ist nicht klar, dass diejenigen, die schon mal bei der Erbschaft später bekommen, dass sie das von diesem Testament bekommen bekommen. Wir sagen uns schon eine Schraub nhân. Wir machen uns alles darauf, dass das in der Erde noch ein paar Wesen beteln wird. Wir machen uns ein Verteidiger und einzelnen Ger Kings. Wir machen uns das. Wir machen uns öffnen. Du hast gesagt, ich habe das Zeit für das, was sie mit der Schlange gemacht. Wir machen uns ein Fucking- und das, was man in dieser Reihe. Wir machen uns das Besteidiger und anderen. Die Menschen sagen, dass sie nicht erinnern, dass sie nicht erinnern. Mose, was er, was er? Das ist das Lقي. Und Lقطa, das ist nicht der Mensch. Das ist das Lقي. Das ist das Lقي. Lقطa und Lقطa. Lقطa, nein. Das ist das Lقي. Warum ist das Lقي? Das Lقي. Untertitelung des ZDF, 2020 Zwei Begriffe, was im Deutschen nicht vorhanden sind. Der erste Begriff geht jetzt einfach um gefundene Sachen. Das sind man Lukata, Lukata, also gefundene Sachen. Und auch geht um gefundene Versionen, also vermisste Versionen, die man schon gefunden hat. Was macht man hier nun wieder? Nun reden wir über die gefundene Sachen. Die gefundene Sachen unterdallen sich in drei Teilen. Sie unterdallt sich in drei Teilen. Die gefundene Sachen unterdallen sich in drei Teilen. Und die Ausstattung der Menschen, die diese Sachen nicht mehr finden, wenn sie von ihnen verfolgen. Teilen von diesen drei sind gefundene Sachen, die wirklich nicht, oder die sind, die weit groß sind. Ja, das ist in drei Teilen. Vielleicht ist ein Blüter, Herr Schieffer, ist in der nächsten Teilen. Was hat das in drei Teilen? 2.10 für mich. Oder 2.10 für mich. Was hat das in drei Teilen? 2.10 für mich. Was hat das in drei Teilen. Das ist, dass sie nicht mehr von dir verfolgen. Aber man kann auch Leute finden, die Leute finden, sogar über das. Aber in den Mitteln gibt es nicht diese Dinge, das ist richtig? Nein, das macht es nicht nur die Kieler. Die Kälte, die Schwein, die Tür, die Kale, die Farbe und die Kälte sind. 2 Euro oder 5 Euro. Sie haben diese Kälte nicht überlegt, aber sie werden überlegt über diese Kälte? Das kann nicht. Nein, das macht es nicht nur die Kälte. Nein, wir haben das was. über gefundene Sachen, die nicht so wert sind, wie zum Beispiel Stifte, kleine Münze und so weiter. Wenn jemand solche Sachen verliert, in der Regel suchen die meisten Leute nicht daran. Wenn jemand so etwas unterwegs findet, darf man einfach diese Sache mitnehmen. Aber mit dem Grund, dass es in einem Ort gibt, dass dieses Ort nicht für jemanden ist. Man kann nicht mitnehmen, wenn man solche Sachen mitnehmen kann, wenn man solche Sachen mitnehmen kann. Unter einer bestimmten Bedienung darf man solche Sachen mitnehmen, wenn sie öffentlich verloren sind. Die Sache in der Öffentlichkeit, nicht in einem privaten Gesetz. Zum Beispiel, wenn man schon bei einem Besuch und findet man im Haus des Gastgebers, so Münze oder zwei Euro, dann darf man nicht auch mitnehmen und sagen, okay, das ist eine gefundene Sache, die nicht wertlos ist oder nicht so wertvoll ist. Das ist die erste Gruppe von dieser Sache, die schon nicht so wertvoll sind. Das ist die zweite Gruppe von dieser Sache, die schon mal fordert, dass man auch danach sagt, wem die Sachen gehören und wo man gefunden hat und wie und was und wohin. Oder wie man das einfach leicht ein Besitzer findet. So. Genau. Na ja. Sehr weit kann man. So, wir haben diese Kinder, die am besten. So, wie haben wir das Gerät für den besten Kunden bisher? Zum Beispiel haben wir das Gerät für den besten Kunden? Wie kann man das? Ein paar Euro betrifft? Wie kann man das betrifft? Wenn man das betrifft, dann würde man vielleicht 100 Euro. Aber wenn man 5 Euro kostet, dann kann man das nicht mitnehmen. Man kann das nicht mitnehmen. Man kann das nicht mitnehmen. Wenn es so ein Gerät vielleicht 5 Euro kostet, würde man auch in diesem Fall abnehmen. Ansonsten... Also, der zweite von den Sachen, die man betrachtet, ist, was man denkt über den Menschen. Und wenn man von ihnen denkt, man spricht über ihn. Ja. Noch einmal reden wir über die Welt. Von den Sachen, die schon mal, wenn sie gefunden sind, sollte man auch danach fragen, wenn die Sache gehört. Wie zum Beispiel das Gerät. Wie zum Beispiel das Gerät. Hat man auch solche Gerät vielleicht unterwegs gefunden? Ja. 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 Ja.